Kolumbus. Voll mit Fässern und Fressalien stach Kolumbus aus Italien nach recht wilden Abschiedsfesten, früh in See in Richtung Westen. Auf der Spanier Geheiße auf drei Schiffen ging die Reise. Mit Maria Pintanina waren sie auf dem Weg nach China. Jedoch gingen sie am Strand der Bahamas bald an Land und vor Orten bauten sie eine kleine Kolonie, wo sie Menschen, die sie kannten, deshalb Indianer nannten, da es hieß mehr oder minder, die Chinesen wären Inder. Dieses lag vor allem auch an dem wirren Sprachgebrauch, da bei Indern und Chinesen niemand jemals war gewesen. Also rauchten die Chinaner, die man nannte Indianer, nun zum Dank für Kamm und Seife mit Kolumbus Friedenspfeife. Und was niemals war bezweckt, war Amerika entdeckt. Mieterin Wir schauen mal aus, wie es karmig geht. Arsch mit zu